Dan Blumber is the place to me Dan Blumber is the place to me Dan Blumber is the place to me We already turned friends Ist klar And now that Katie was confirmed to be in his company It was a lot for one man to take him How did you think Katie was involved, Mr. West? She was always one to be driven by danger, correct? It's a strange, fucked up situation you're in If you're hoping, praying that your own daughter Had been snatched away by a madman It was better than the alternatives It must have crossed your mind That Katie was in fact the killer all along It would have been clever, really Facing your own death, to escape an abusive father How was your relationship with your daughter, Mr. West? God damn you God fucking damn you Party bus Da muss ich wieder mit meinem Typen, der einfach nur schlafen will spielen Äh Hä? Okay Betäubungsbombe Dann legen wir die mal Ich hab mich selber mitbetäubt Nein Ich kann nix machen Ich hab mich selber mitbetäubt Aber jetzt sehen wir mal, wie lange das wirkt Ah komm, mach mal einen Neustart Kein Bock so lange zu warten Oh, das ist ja einfach nur ein Massaker Oh, das ist ja einfach nur ein Massaker Ja Ja Massaker erledigt 46 Sekunden 46 Sekunden, auch nix schlecht Ich hab mich selber mitbetäubt Oh, das ist ja auch nix Oh, das ist ja auch nix Oh, das ist ja auch nix The chances are, it's what she wanted anyway To be one of his works of art, so to speak Fuck you I was ready to put a bullet in the back of his head there and then It would have been so easy, so satisfying It was what he deserved What changed your mind? I'm a cop, Darius The American people rely on figures like myself to uphold the law Killing it would have made us one and the same How very noble of you, John Once again, fuck you But you know, the world is a funny way of showing gratitude for such selfless acts I assume you're referring to the blinding light that apparently engulfed your car I still have no idea what it was Or what caused it I guess this terror of darkness has somehow found to frighten in the light And of course, when I came to I found my car and made a strong connection with rather incompatible foliage Worse still, my backseat was devoid of serial killers Was sind denn hier fallen? Einen Grill Kennen wir ja schon Was gibt's hier noch? Oh, okay Da hätte vielleicht auch jemand stehen sollen Dann wäre das vielleicht sinnvoll gewesen Umm Einen Einen Und du verpätzt mich nicht ach so dann gibt das dixi klo direkt um denke ich mal da würden die mädels da nicht rumstehen komm verschwindet lass mich mal alleine mit dem dj komm hey hey kriege ich nicht weg vom dj dann muss ich mir andere so ein schwarzer koffer toll ninja schwert bringt mir echt viel toll jetzt hat mich einer entdeckt die polizei kommt mit einem pferd an das ist ja süß ach scheiße ich dachte das kippt nach vorne ich wollte den polizisten damit erledigen das war's mal wieder mit dem video wenn es euch gefallen hat dann vergesst nicht dass man mich abonnieren und liken kann außerdem könnt ihr mir folgen auf facebook twitter und instagram und das ist alles kostenlos die lösung des die lösung des